Petra, sag mal, in welchen Netzwerken bist du aktiv? Beruflich LinkedIn, Xing, Facebook geht ganz gut und ein paar offline, branchenspezifische Netzwerke. Und warum bist du genau dort aktiv? Kundengewinnung geht einfach spitze. Ja, wenn das die richtigen Netzwerke sind, informell ins Gespräch kommen, perfekt. Ja, genau, stimmt. Wenn ich weiß, wo ich warum Netzwerke, eröffnen sich neue Perspektiven. So wie wir zwei. Ja, wir zwei sind ja auch ein witziges Beispiel. Wir haben uns bei einer Netzwerkveranstaltung kennengelernt und wir bündeln jetzt unsere Kompetenzen eins und eins. Ist bekanntlich mehr als zwei und das machen wir im Februar bei unserem Workshop. Genau, und um was geht es in diesem Netzwerk-Workshop? Es geht eben um Kundengruppen und Netzwerken, es geht um Mechanismen, es geht um die Abstimmung von Netzwerken auf ihre Kundengruppen und sie erarbeiten an diesem Abend auch ihren Maßnahmenplan fürs Netzwerk. 19. Februar 2015, hier bei Stilkäse. Man sieht hinten schon die Räumlichkeiten. Wer wird das mit Ihnen machen? Salome Wagner von SparklingStream. Und das ist Petra Wolkenstein von Konsultory. Hier finden Sie alle nötigen Informationen und den Anmeldungslink. Wir freuen uns auf eine spannende Session.